Wenn man unschuldigen Opfern von Tragödien, 11. September, die BP-Ölkatastrophe, eine Entschädigung zahlt, ist das sehr emotional. An diesem Geld ist Blut. Kenneth R. Feinberg, spezialisiert auf Massenunglücke, hat sich bereit erklärt, als Sonderbeauftragter dem 9-11-Opfer-Entschädigungsfonds zu dienen. Wie kann man einer Mutter sagen, das ist die Summe, die dein Sohn wert war? Das ist nicht perfekt. Es ist eine vage Gerechtigkeit. So funktioniert das System.